Ja, stimmt. Und ich warte auf meinen kleinen Freund, meinen Freund Otto. Der ist ja wirklich ein ganz, ganz netter. Und sieht gut aus. Und sieht gut aus. Und intelligent. Intelligent. Und sieht sehr jung aus. Nee, das finde ich nicht. Also, sag mal, was hast du den ganzen Tag gemacht, Sitz? Gar nichts. Das hast du doch gestern schon gemacht. Gleich bin ich ganz fertig geworden.